so und da bin ich wieder bei einer neuen Folge Minecraft Let's Play mit dem keinem sondern nur mit mir und wir haben Diamanten Spitzhacke Diamanten Spitzhacke ja klar wir also ich also wir ach ja man gehen nach oben und boah mein Nase kitzelt gerade okay ja wohl Volumen Romo in Ruhe ein Wassereimer ein einmal ein Wassereimer und endlich wie eine Oberfläche ist das nicht geil ein liby Schlafmann in der Patenacht zu schaffen doch geht dich gehe auf Sitzig ist denn diesen Wasser Eimer Trolle Talmauer ein Wassereimer reicht uns Denn wir brauchen keine 2. Tralala, tralala, tralala. Alter, mit 70 FPS nehmen wir auf oben. Und hier unten mit 60, was ist denn hier unten los? Naja, okay. Das heißt, wir machen schon mit 90 FPS, bin ich doof. Was für eine geülle Qualität habe ich denn hier? WTF. Ähm, also ich mache auch nichts im Hintergrund. Ach, ja, vergessen. So. Die haben ein Spezialveralter, das unten in einer Inventoryliste zu sehen. Alter, boah. Als erstes mache ich die Scheiße hier weg. Weg. Einfach verschwunden. Ich weiß, dass ich das jetzt machen kann, einfach so weg. Aber ich will nicht, weil es kann sein, dass Note noch Lava ist. Wir sind sicher. Wir sind safe. Und wir brauchen 8. Hiervon. Vielleicht haben wir den ersten. Wir haben gleich den ersten. Wir haben den ersten Obsidian-Block. Ist das nicht geil? Ich freue mich. Hopp. Den zweiten. Das kann ein bisschen dauern hier, bis wir alles abhaben. Ähm, ich... Äh, nein, mache ich lieber nicht. Obwohl. Doch, mache ich. Ich gehe immer gut an meine Kamera dran. Also könnte es jetzt ein bisschen ruckeln. Weil, also, die Tonqualität, weil ich jetzt an meinem Mikrofon ein bisschen hier umändere. Ich habe gerade meine Kamera einfach losgelassen, weil ich einfach nur zurückgehen wollte. Ich habe keinen Bock, von der Lava getroffen zu werden. Um meine Diamant-Spiele zu verlieren. Einfach Kamera loslassen und nach hinten rein. Den Obsidian-Block. So, wie viel Obsidian haben wir jetzt? Drei haben wir. Ach ja, ich hoffe, das geht jetzt auch so mit der... Äh, mit der... Mit der... Mit der... Mikrofoneinstellung. So. Hier wieder ein zurück. Alter, ey, das ist doch bescheuert. Ich finde das so geil, dass wir... Diamanten haben und dass wir jetzt Obsidian haben. Ich finde das so geil. 5, 6, 7, 8, 3 noch. Ich will nur nicht anfangen zu brennen, das wäre nicht so toll. So. 2 noch. 2 noch, dann haben wir einen zusammen. Aber dann brauchen wir noch... Ein Buch, glaube ich. Ja, wir brauchen... Nein. Was brauchen wir nochmal für eine... Ah, jetzt habe ich gerade das Rezept wieder vergessen. Wie ging das denn gleich? Warte, wie war das denn? Wie war das denn? Ähm... Und zusammen. Wie war das denn? Warte kurz. Wir brauchten auf jeden Fall... Doch ein Buch. Wir brauchen... So ging das jetzt näher nicht, ne? Wir brauchen doch noch Bücher. Wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir noch Bücher. Sonst erinnere ich mich nicht recht. Ah, die haben wir noch mit Tacker unten lassen. Nicht mit nach oben nehmen, gar nicht gut. Ah, komm, jetzt rennen wir mal ein bisschen schnell hier runter. So, und da rein. Dann die Mannschbezucker da rein. Die tue ich aber da hin. Und den Rest kann die... Ne, der Eisensbezucker bleibt auch unten. Das bleibt auch unten. Erde kann auch hier bleiben. Jupp, und jetzt wieder hoch. Ach, ja, ist das nicht geil. Ich drücke hier einmal O, weil das nervt mich. Sonst drücke ich da gleich noch irgendwo aus Willen drauf und dann haben wir den Salat. Dann habe ich gecheatet und das will ich nicht. So. Wir sind wieder oben und die Kamera hat sich bewegt. Also ist hier runtergerutscht vom Ständer. Dummes Mikrofon, so. Ach ja, so, jetzt brauche ich erstmal hier Zuckerrohr. Wir haben gar nicht so viel Zuckerrohr, wie ich dachte. Aber daraus können wir uns trotzdem was machen. So, ich brauche noch einmal ein bisschen Holz. Äh, das ist bei Baumaterialien. Einmal gucken, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. So. Ne. War das so? Auch nicht. Bücher, also dann... Aber wie macht man nochmal ein Buch? So. Auch nicht. Ne, das wäre das gleiche. Aber mit voll doch auch nicht, oder? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ne. Hä, wie ging das denn? Das glaube ich doch jetzt nicht. Ne, okay. Ich... Ja, genau. Ich komme dann. Müsste ja dann gleich wiederkommen. Alter, wie ging das denn? Ich hätte da... Ich mache gerade hier noch einmal, ähm, Sand. Wo ist Sand? Alter. Sand. Sand, 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 Sand. Hier Dreck und so ein Scheiß auch nicht. Rohstoffe. Hier könnte ich nochmal... Ne, könnte ich nicht. Hier ist auch nichts drin. Bei Essen kann ja auch nichts drin sein. Sonstiges. Hier habe ich auch nichts drin, was ich gebrauchen könnte. An Sand oder so ähnliches. Dann gehe ich kurz einmal noch zur Farm, um zu gucken, ob die jetzt endlich mal irgendwann mal funktioniert hat. Ähm. Die beiden geilen Bäume sind gewachsen. Och, das sieht doch geil aus. Die Farm, die muss jetzt einfach fertig sein, sonst ist es echt. Und sie ist fertig. Komm, die ist doch scheißegal, jetzt ist eine. Und sie ist einfach mal fertig. Ich drücke da jetzt auf den Knopf, ich drücke da jetzt auf den Knopf. Drei. Zwei. Eins. Sie funktioniert. Ist das nicht? Hammergeil. Plopp, plopp, plopp. Das alles geht jetzt da runter. Und sammelt sich da. Dann muss ich das hier aufmachen. Damit ich da runterkomme. Man könnte jetzt einsammeln. Das ist doch geil, Alter. Das funktioniert. Ach, ist das nicht cool. So. Das erste, was wir jetzt machen. Ist. Ist die Hühner, die in der Hühnerfarm sind. Alter, wir sind wieder draußen in der frischen Luft. Das ist doch toll. Hier ein bisschen frei rumlaufen lassen. Und die Hühner jetzt mitkommen lassen. Also, wenn sie mal... ...eh nicht alleine rumstehen würden. Dankeschön. Sehr nett von euch. Da sind noch ein paar Plätze frei. Fuck. Aber zumindest da ist alle drin. Und jetzt sind wir zumindest hier. Hier wollte ich nämlich auch hin. Das war meine Uhr. Die piept auch gerne mal. Einfach nur so aus Spaß. Geben wir jetzt kurz einmal schlafen. Da ist mein Bett. Ach, ja. Wir haben ein... ...in Chantling-Table, wenn da nie noch irgendwas Außergewöhnliches fehlt. Was ist hier noch so drin? Gar nichts. Das heißt... Halt, halt, halt. So. Alter, wie viele Hühner wir jetzt da rauskriegen. Okay, hier raus sieht es gar nichts aus den 16. Daraus kommt wieder einer. Und das war's. Boah, knapp. Ist das Mini-Hühner drin, oder? Wo ist das jetzt hingerannt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs kleine Hühner haben wir jetzt wieder. Ach ja, das ist doch toll. Sechs kleine Hühner-Babys. Äh... Sind im Stall. Und so weiter und so weiter. Egal, ich kann hier nicht singen. Ähm... Das heißt, wieder ab zurück zur Farm. Und die Samenplänen halt... Erstmal das Ding holen, weil das geht mehr. Die... Ach, äh, nee, doch nicht. Ab zu Geräte. Geräte sind hier. Und diese Holzhocke hier. Ist gleich eh kaputt. Das gute Ding. So. Ne, wenn ich leid. Ich hab... Na, egal. Genau, das wollen wir nicht mal in Befürchtung. So, aber jetzt erstmal hier alles schön planen, dass wir dann übelst viel an Essen wieder haben. Ach ja, gleich ist die Hacke... Ja, jetzt ist die Hacke kaputt. Aber das reicht perfekt. Ist jetzt zwar so ein Ding dazwischen, aber es reicht perfekt. Also die Hacke hat perfekt gehalten. Das ist doch geil. Ach ja. So, jetzt kann hier keiner mehr rein. Und ich muss hier auch mal einen Zaun drum ziehen. Aber das mache ich erst später. Und, ähm... Eigentlich könnte ich das auch jetzt gerade machen. Ja, das mache ich jetzt. Ich müsste auch wieder Holz fällen mal wieder. Ich muss mal wieder ganz viele Sachen mal wieder machen. Ähm, also Holz ist hier. Einen Zaun drum ziehen kann ich damit. Ne, ich mache erst mal einmal so, so, so. Alter, wie wenig Zaun wieder rauszukriegen. So, 10 Zaun, das reicht locker. Nicht. Ich habe hier noch einen Stopp drin, genau. So, so und so. Das heißt schon wieder locker nicht. Dann muss ich hier noch ein Stack rausholen. Nein, das ist dahin. Und hier noch wieder ein Stack rausholen. So, und hier wieder so viel wie geht. Zaun rausholen. Ups, Alter. So, und das da hin. Da hin. Und so. Und mit 36 Zaun. Einmal gucken. Einmal hier wieder bei Gerätschaften. Gerätschaften. Ah, sind da. Gerätschaften. Alter, wie leer das in Gerätschaften ist. Und so habe ich einen Knopf in der Hand. Alles klar. Das heißt, jetzt da hinten schön ausbechern. Wollte ich gerade sagen, ausbessern. Dass wir hier nicht mehr diese äh, eklige Wand hier haben, sondern einen schönen Zaun da rumrum. Und deshalb muss ich hier alles einmal wegmachen hier. So, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 19, 8.